ich habe euch wieder mitgenommen während ich mich fertig gemacht habe dieses format gibt es inzwischen einmal pro woche wichtig wäre wenn du das format gerne magst zeigt mir das mit einem daumen nach oben ich würde sagen wir quatschen nicht lange und legen los nach dem intro einen wunderschönen guten tag wird schon guten morgen sagen bei mir ist es morgen aber ich kann euch auch einen guten morgen guten mittag guten abend wünschen ich habe ja schon gesagt dass dieses format jetzt häufiger kommt ich probiere mich gerade einmal die woche und wenn ihr das format mögt und wollt dass das häufiger kommt daumen nach oben ihr helft mir ihr helft meinem kanal damit auch und ich sehe dass ich das hat einfach auch weiter machen kann der ein oder andere hat mir schon gesagt dass das format ganz gerne mag also machen wir das ganze einfach mal jetzt wöchentlich und warum euch nicht mitnehmen wenn ich mich fertig machen ich habe heute wieder meine crop foundation von pro bio meine kamera ist doch gerade irgendwie ich habe kein richtig hohes stativ für den tisch muss man mal so ein tisch stativ besorgen bis einigermaßen höhe hat und ich ich habe eins zum biegen und das mache ich immer um meine trinkflasche und meine kamera ist gerade von der flasche gefallen ist es zwar nicht sonderlich hoch aber trotzdem sie funktioniert scheint mal so so das ist wie schon gesagt so eine job foundation da brauchst du nicht so wahnsinnig viel davon habe ich ein video darüber gemacht kannst du dir gerne mal angucken nur wende ich in dem video zu viel wenn ich es nicht vergesse verlinke ich mal unter dem i so ich habe mir jetzt auch einen puder geholt weil die sich doch ein bisschen in den poren absetzt ich denke das hängt auch ein bisschen damit zusammen dass die halt einfach sehr flüssig ist aber gut pigmentiert ich werde jetzt halt mal ein bisschen mehr mit dem puder arbeiten ich bin mir gerade am überleben ob ich den browser zuerst hin machen soll und dann den puder drüber ich glaube das probiere ich mal aus heute ist hier so richtig beschissenes sauvetter ich mache jetzt gerade mehr sport ich weiß nicht ob du das im letzten video auch mitgekriegt hast ansonsten einfach auch mal aufnamen zwei kanal vorbeischauen und da ist irgendwo ein müllauto naja da ist es schon und ich muss mir noch irgendwie was suchen wenn es nur so scheußliches wetter ist weil da gehe ich nicht so noch nach außen der tatsache gucke ich da schon ins auge da muss ich mir irgendwas suchen letzten also letzten freitag hat es ganz gut funktioniert wird nun work out aber im work out machen bin ich halt auch nicht so mega groß ich kann es ja heute gehe ich ins studio aber das mache ich gerade nur einmal pro woche werde ich aber zukünftig häufiger machen jetzt mal erst mal den browser dran das ist der hier von altera den gibt es ja immer noch extra meine pinsel gewaschen und ja das sollte man natürlich häufiger tun nicht nur alle schaltjahre vor allem wenn man sich jetzt regelmäßiger schminkt wie ich es gerade mache da habe ich es nicht richtig verteilt ich habe den browser schon so oft verwendet aber das hat immer noch dieses dieses zeichen in der mittel den letzten habe ich ja weg getan weil er irgendwann auch zu alt war das ist mir dann nicht auch bei puder produkten zu spooky und das ist mein bruder da gibt es auch eine sensitive variante aber die war leider ausverkauft dass ich den normalen verwendet genommen das kommt überall puder hin wo es kriecht aber das wird sowieso wieder kriechen weil ich halt fettige haute habe und im Laufe des tages die halt echt abhaut ob ich mir diese foundation nochmal holen wollen würde ja nein also die funktioniert auch nicht so dass man sagen können die ist gut ihr wisst ja in einem großteil der foundation mikroplastik enthalten filmbildner und das kommt für mich nicht in frage und ich versuche mich auch so ein bisschen auf das zu beziehen was ich da habe noch bin ich nicht kriege also noch eine ladung drauf irgendwas hart hat der pinsel der pinsel vorher gehört interessant oder eigentlich nähe ich es wird auch wirklich mal ein paar pinsel austauschen aber vorne rum sind die ja okay die sind ja nur hier hinten komisch also es haben sich kleben immer noch dieses plastik das kaputt ging an aber hier vorne ist der pinsel ja in ordnung so verwendet man jetzt mal das hier das müllauto kommt wieder jetzt geht auf und da ich so blaue Innenwinkel habe ist dieses orange ganz wichtig bei mir und das andere jetzt nicht so aber das orange ist eigentlich echt mega gut und ich glaube das würde ich mir auch nochmal holen sobald das irgendwie anfängt hier komisch zu riechen wird das ja weggeschmissen so und sonst irgendwo irgendwelche flecken mehr eigentlich nicht eigentlich nicht so jetzt haben wir das hier ob mir dieses diäten leicht fällt natürlich nicht ich habe mich jetzt von der Kalorienzahl nicht so weit runter geschraubt dass es mir schlecht geht also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen du musst immer noch realistisch bleiben mit dem was du machst und aus meiner vergangenheit weiß ich halt einfach das schnelle abnehmen einfach nichts bringt das bringt einfach was ich versuche halt mich da hingegen viel zu bewegen damit ich eben einen höheren Grundumsatz habe weil man momentaner Grundumsatz sind 1457 oder so das ist halt nicht wirklich viel und nur Auto ist hoffentlich gleich weg da komme ich nicht ganz über den Tag hinweg also mit dem was ich essen kann ist es eh so dass ich nur 2 mal am Tag essen darf 2 bis 3 mal also gestern hatte ich noch was vom Mittagessen übrig das habe ich nachmittags irgendwann gegessen was aber okay war weil ich war beim Laufen und ähm da war das vollkommen in Ordnung so mein Augenbrauenstift ist klein aber fein aber das ist der von ähm Alerde der blond und und die nütze ich eigentlich mehr oder minder nur zum färben weil ich vereinzelt ganz schön graue Haare an den Augenbrauen habe und das ist so witzig mein Bruder hat auch ich habe natürlich schon auch graue Haare auf dem Kopf das auch was ich mit der Abnehmerei erreichen möchte sind halt gesundheitliche Gründe also dazu gibt es auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal Videos und da wird es auch weiterhin Tagebücher dazugeben ähm es ist halt so ich fühle mich rein körperlich einfach schon lange nicht mehr fit und gut und ich bin gesundheitlich im Moment nicht so gut aufgestellt das soll heißen ich habe der ähm ich habe Probleme mit der Bandscheibe momentan jetzt weil ich halt eben auch Sport mache dann ähm habe ich hier Probleme mit dem Magen dann bin ich eine Lipödem Patientin dann habe ich ein hormonellos Ungleichgewicht im Körper so ist es im Moment auch so dass ich meine Tadi halt einfach nicht gekriegt habe ich habe sie halt einfach nicht gekriegt und wenn du eh schon einen Östrogen Überschuss hast musst du einfach gucken dass du an Körpermasse auch ein bisschen verlierst das fällt mir natürlich nicht ganz so einfach ich bin jetzt wieder in einem Bereich drin wo es okay ist für mich aber es ist immer noch viel ne also das ist erst in den letzten drei Monaten so aus dem Ruder gelaufen und ich habe eine ganze Zeit lang immer schöne 77 Kilo gewogen und das war für mich okay mit dem Progesteron zusammen war das auch gut aber jetzt habe ich anscheinend so ein hormonelles Ungleichgewicht im Körper ich habe erst Freitag nächste Woche Termin beim Frauenarzt da sprechen wir erstmal nochmal über die Thematik ähm und es kann sein dass es halt wirklich stressbedingt ist war wie auch immer also mein Körper versucht sich da halt wahrscheinlich jetzt gerade zu regulieren weil ich schon eine harte Zeit hinter mir habe jetzt ähm und das irgendwie was ist oder was war ähm also bemerkt man ja auch schon dann dass ich einfach meine Tage nicht bekomme und nein schwanger bin ich nicht also irgendwas stimmt gerade hormonell überhaupt nicht und wenn jetzt nächsten Freitag da nichts dabei rumkommt bei dem Termin dann werde ich mir mal überlegen ob ich mir einen Termin beim Spezialisten mache was Hormone betrifft weil mir gibt es auch momentan psychisch nicht so gut also ich habe eine leichte Depression im Moment äh das ist ich würde jetzt sagen graue Phase ähm aber ich merke wieder so dass das ist nix was irgendwie mein Leben ausgelöst hat sondern wieder so dieses fremd gesteuert sein also das ganz 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 schlecht zu erklären was machen wir jetzt was machen wir jetzt was machen wir jetzt wir machen jetzt mal Highlighter drauf und der ist von La Vira der riecht auch noch gut also mit dem Produkt musst du halt echt aufpassen das war zu viel das war zu viel es ist immer schwierig über über Depressionen zu sprechen das wurde mir leider auch vor zwei Jahren schon ähm diagnostiziert und ich vermute auch also mir ging es ja durch das Progesteron richtig gut aber ich kann das Progesteron halt nicht nehmen wenn ich meine Tage nicht kriege ne ich vermute grad das Ungleichgewicht ist wahrscheinlich so hoch dass ähm das einfach zu einer momentanen Situation kommt und deswegen ist das grad bei mir auch so empfindungstechnisch grad ganz schwierig ganz schwierig aber das kriege ich schon hin und ich muss sagen Sport hilft mir da auch so ein bisschen ja jetzt wie gesagt wenn das Wetter ein bisschen länger so komisch nass ist bin ich mir am überlegen ähm nach was zu suchen was ich stattdessen machen kann ich hab mir auch schon mal überlegt für so einen kleinen Stepper zu kaufen mal wenigstens für eine Zeitlang was zu haben aber die Dinger halten halt auch nicht lang das ist halt Müll vorprogrammiert es gibt aber auch so einen komischen Trainer das sieht aus wie so so eine halbe Kugel da sind zwei Gummizüge dran und mit dem kann man relativ viele Übungen machen ich hatte auch die Frage ob ich das brauche oder ob ich nicht nur ein normales Workout dazu machen kann ne also das sehe ich dann schon auch ein bisschen schwierig ich hab so einen in meiner Wunschliste also guck mal in die Wunschliste rein es soll jetzt kein kein Aufruf zum Kauf sein aber ähm falls du dir nicht vorstellen kannst was das ist es steckt in der Wunschliste drin da klickst einfach mal drauf da passiert gar nichts da landest du einfach bei Amazon ist unten in der Infobox und an sich so diesen komischen Trainer den ich da meine ich könnte eigentlich noch ein bisschen Highlighter hier hin machen mach mal einfach ja so eine Art von Konsum sehe ich immer schwierig weil wie gesagt ich hab hier Hunter ich hab hier andere Dinge und das müsste ich nur nutzen und mit mir fest diese Termine ausmachen zum Beispiel für Workouts ich probiere mich da gerade aus muss ich sagen also ich bin was Sport betrifft habe ich festgestellt der Frühmorgens Typ mir fällt es je später der Tag wird je mehr äh also je ähm wie sagt man je schwerer fällt es mir so die Lidschatzen sind zum Teil bei von mir so alt das ist übrigens MAC das hab ich mal gekauft aber das war immer schon schwierig diese Squirt derjenige hat das deswegen verkauft das hab ich gebraucht gekauft weil halt die Lidschatzen so von der Qualität her einfach nicht so geil sind kann man schon so sagen und das von MAC ist schon krass ne na wie sind eure Corona Zahlen gerade bei uns ist es richtig beschissen jetzt habe ich gerade gesehen dass diese Corona Warn App nicht mehr funktioniert äh nicht Warn App sondern diese ähm ich habe so eine App die Zahlen veröffentlicht und die funktioniert plötzlich nicht mehr richtig die wollte sich jetzt die ganze Zeit updaten aber es hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert anscheinend wurde die auch kurzfristig aus dem Playstore rausgenommen ähm verstehe ich mich nicht so ganz anscheinend hat sich da gesetzlich einiges getan hier da musste schon ohne Endgeschichten hier das ist brutal aber ich kann dieses Quad nicht hergeben ist ja MAC ne ich habe Lidschatzen von MAC von damals kaufe ich ja auch nicht mehr wegen Tiefersuche und Estee Lauder und so ich habe Lidschatzen die funktionieren wesentlich besser als das das ist eine Katastrophe wahrlich eine Katastrophe ich könnte mal den anderen probieren den kann man ein bisschen besser blenden der Pinsel ist mega gut der ist von Real Techniques oh Gott wie juckt die Nase kriege ich Geld oder sowas sagt man doch so schön der ist wie zu hart gepresst und die Pigmentierung hat da drunter echt krass gelitten so der Pinsel ist wesentlich besser gerade bei so schwierigen Lidschatten ja vernünftig der macht wenigstens einen Job also bei dem ist es halt echt so der ist halt sehr straff gebunden obwohl es ein Blende Pinsel ist das ist halt echt angenehm ich könnte mir ich habe es halt ein bisschen mit Highlighter ne kann man da noch so ein bisschen Highlighter in die mitmachen das ist okay kann man machen das ist okay kann man machen taugt irgendwie nicht so viel ist allerdings bei so Kosmetika immer schwierig auch in Eyeliner ist Mikroplastik der ist die 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 So, so wunderbar, mein Kajal ist auch von La Vera, ich finde das ist halt echt eine sehr gute und solide Marke, die hat auch funktioniert und der Eyelander davon, der ist auch mega, mega gut, kann ich echt empfehlen, meine Mascara ist jetzt echt kein mega Tipp, aber ist okay, macht ihren Job, aber sie tut halt nicht wirklich viel, aber auch bei Mascara erscheint echt das Problem, dass da eben immer noch ein Haufen Mikroplastik drin ist. Bitte achtet auf solche Sachen, ist ganz wichtig. Auch wenn Sachen ohne Mikroplastik einfach nicht so gut performen, muss man sich immer denken, zu welchen Kosten man das halt einfach macht. Habe ich hier vielleicht auch, ähm, ähm, ich habe kein Blush hergelegt, also gibt es auch keinen Blush. Meine Haare sind voll lang geworden wieder. Ich bin gerade echt so ein bisschen am Überlegen, wieder ein bisschen länger wachsen zu lassen. Ohne direkt wieder schneiden zu lassen, aber da ist halt immer das Problem, wenn du so kurze Haarfrisuren hast, die musst du halt auch, äh, friedelmäßig schneiden lassen. Und bei langen Haarfrisuren ist das halt einfach alles ein bisschen easier. Ich will die ja auch nicht mehr ganz lang haben. Es ist so, das ist so meine, meine Haaslänge. Kennt ihr so Haaslängen? So, wenn es auf der Schulter aufliegt, finde ich das immer ganz übel. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall muss ich meinen Pony wieder schneiden und zwar dringend. Der wird einfach zu lang. Ich kriege das ganz gut gerade im Moment hin. Das ist zwar auch, wahrscheinlich würde ich meine Frisierung jetzt auch sagen, äh, krumm und schief. Aber wenigstens kann ich rausgucken, ne? In diesem Sinne melde ich mich jetzt mal ab. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du denkst an das Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Und wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.